Die Hollywood News im Gala Ticker Und Deborah Lifornes, 66, sind bereits seit 25 Jahren glücklich verheiratet. Punkt. Gemeinsam adoptierten sie zwei Kinder, Sohn Oskar, 21, und Tochter Ava, 16. Deborah L. engagiert sich für Waisenkinder auf der ganzen Welt und treibt als Schirmherrin mehrerer Organisationen die Vereinfachung internationaler Adoptionen voran. Für ihr soziales Engagement wurde die Schauspielerin nun geehrt, mit dem Order of Australia, der von Queen Elisabeth, 95, vergeben wird. Liu freut sich sehr für seine Frau und bringt dies mit einem süßen Instagram-Beitrag zum Ausdruck. Ich bin so stolz auf DEB. Heute wurde sie zum Officer AO, des Order of Australia ernannt. Seit fast 30 Jahren erlebe ich aus erster Hand ihre unendliche Großzügigkeit und ihr Engagement für den Dienst. Ihre Intoleranz gegenüber Ungerechtigkeit und ihr Herz, das so groß ist wie unser großes Land, schreibt er zu einem Foto seiner Liebsten und fügt hinzu. Außerdem ist sie die beste Schauspielerin, mit der ich je gearbeitet habe. Und das sage ich nicht nur so. Wie schön, nicht nur so. Wie schön. 25. Januar 2022. Der 22. Model Romy Streit bekommt romantischen Antrag im Schnee. Bereits seit zwölf Jahren sind Romy Streit und Laurens van Leeuwen ein Paar. Nun durfte sich das Model über eine ganz besondere Überraschung freuen. Im Urlaub in der Schweiz ging ihr Liebster vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Auf Instagram teilt die 26-Jährige eine Reihe von Fotos, die den süßen Überraschungsmoment beim Picknick in den verschneiten Bergen festhalten. Ich habe ja gesagt, schreibt sie dazu und setzt einen Ring und einen Herzimuchi dazu. Zahlreiche Glückwünsche sammeln sich in den Kommentaren darunter. Zahlreiche Glückwünsche Zahlreiche Glückwünsche